Heiner Caro war ein deutscher Regisseur und Vizepräsident der Akademie der Künste der DDR sowie Mitglied der Westberliner Akademie der Künste. Leben Caro war ein Sohn des Kaufmanns Ernst Caro. Er machte gemeinsam mit dem späteren Schriftsteller Herbert Nachbar sein Abitur in Rostock und besuchte von 1950 bis 1952 die Regieklasse im DEFA Nachwuchsstudio unter Slotan Dudow und Gerhard Klein. Sein erster Film als Regisseur entstand 1952 unter dem Titel Bauern erfüllen den Plan. Nach 1952 arbeitete Caro im DEFA-Studio für populärwissenschaftliche Filme. Dort verfasste er Drehbücher und drehte zehn Kurzdokumentarfilme, so zum Beispiel Stadt an der Küste. Seit 1957 war er Regisseur bei der DEFA. Im Jahr 1959 wurde er Mitglied der Gruppe Berlin unter Leitung von Slotan Dudow. Er drehte zunächst Kinder- und Jugendfilme wie sie nannten ihn Amigo nach einem Drehbuch von Vera und Klaus Küchenmeister und die Benno Pludra-Verfilmungen Sheriff Teddy. Jeder hat seine Geschichte und die Reise nach Sundewied. Sein 1968 gedrehtes Projekt Die Russen kommen konnte erst 1971 in einer verwässerten und mit einer zusätzlichen Gegenwartshandlung versehenen Fassung namens Karriere aufgeführt werden. Eine Kopie einer früheren Schnittfassung konnte von Karoffs Ehefrau, der Katerin Evelin Caro, gerettet werden und erlebte im Dezember 1987 ihre Uraufführung. In den 1970er Jahren drehte Karo mehrere erfolgreiche Gegenwartsfilme, darunter Die Legende von Paul und Paula, der in der DDR Kultstatus erreichte, und Icarus über das Leben eines Scheidungskindes, den Karo selbst als seinen besten Film bezeichnete. Nach Bis dass der Tod euch scheidet arbeitete er an mehreren Projekten, die nicht realisiert werden konnten. Darunter waren eine bereits seit 1964 geplante Verfilmung von Grimmelshausen Simplicius Simplicissimus nach einem Szenarium von Franz Fühlmann, die der DEFA-Leitung zu teuer war. Und die in Zusammenarbeit mit den Dramaturgen Erika und Rolf Richter und der Band Panko geschriebene Rockoper Paule Panke, bei der unter anderem ein unsympathisch gezeichneter DDR-Staatssekretär und eine schwule Nebenfigur stürten. Erst 1986 konnte er mit so viele Träume wieder einen Film fertigstellen. Er entstand ebenso wie seine zwei letzten DEFA-Projekte Coming Out und Die Verfehlung. In Zusammenarbeit mit Erika Richter und dem Szenaristen Wolfram Witt, Karo wurde 1978 Mitglied der Akademie der Künste der DDR, deren Vizepräsident er 1982 bis 1991 war. Und 1984 Mitglied der West-Berliner Akademie der Künste, nach 1991 arbeitete er überwiegend für das Fernsehen. 1996 wurde er Direktor der Abteilung Film- und Medienkunst der Akademie der Künste Berlin-Brandenburg. Karo wurde 1959 und 1967 mit dem Heinrich-Greif-Preis, 1980 mit dem Nationalpreis. 1988 für die Russen kommen mit dem Regiepreis beim 5. Nationalen Spielfilm-Festival der DDR. 1989 mit dem Deutschen Kritiker-Preis und 1990 für den Film Coming Out mit dem Silbernen Bären auf der Berlinale 1990, dem Konrad-Wolf-Preis der Akademie der Künste und erneut mit dem Regiepreis auf dem Nationalen Spielfilm-Festival der DDR 1990 ausgezeichnet. Heiner Karo war seit 1954 mit Evelyn Karo verheiratet. Aus der Ehe entstammen zwei Kinder. Sein schriftlicher Nachlass befindet sich im Archiv der Akademie der Künste in Berlin. Heiner Karo Preis Nach Heiner Karo ist ein Preis benannt, der seit 2013 im Rahmen der Berlinale von der DEFH Stiftung vergeben wird und einen Spielfilm aus der Sektion Panorama auszeichnet. Filme 1952 Bauern erfüllen den Plan 1953 Ein Schritt weiter 1954 Dorf im Herbst 1954 Die Wette gilt 1955 Martins Tagebuch 1957 Sheriff Teddy 1959 Sie nannten ihn Amigo 1960 Das Leben beginnt 1961 Mongolia 1964 Die Hochzeit von Lenneken 1965 Jeder hat seine Geschichte 1966 Die Reise nach Sundewit 1968 87 Die Russen kommen 1973 Die Legende von Paul und Paula 1975 Icarus 1979 Adio, Pico Lamia 1979 Bis dass der Tod euch scheidet 1981 Pugowitscher 1986 So viele Träume 1989 Coming Out 1989 Zweiradshow 1991 Die Verfehlung 1991 Begräbnis einer Gräfin 1992 Vater, Mutter, Mörder, Kind 1996 Fähre in den Tod 翌neladı und 19 Berlin 9 現 molecules Vader, Know 絡 poder